TRIPLE DU Wir gehen nach links mit SEIT RAN CHASSÉ CROSS ROCK VIRTEL CHASSEL DREHUNG SEIT RAN CHASSÉ CROSS ROCK VIRTEL CHASSEL DREHUNG SEIT RAN CHASSÉ CROSS ROCK VIRTEL CHASSEL DREHUNG CHASSÉ CROSS ROCK CHASSÉ FIRTEL CHASSEL DREHUNG Wir machen jetzt ein STEP PIVOT Dabei ist nach der Drehung das Gewicht auf dem linken Fuß CROSS DREHUNG CROSS TIP CROSS TIP Recht ist vorne Wir machen Schritt DREHUNG Schritt DREHUNG CROSS TIP CROSS TIP Wir probieren mal die zwei Päckchen zusammen SEIT RAN CHASSÉ CROSS ROCK CHASSÉ VIRTEL TURN STEP HALBE COSTER STEP CROSS TIP CROSS TIP Nochmal lang 7 8 SEIT RAN CHASSÉ CROSS ROCK CHASSÉ VIRTEL STEP HALBE COSTER STEP CROSS TIP CROSS TIP Wir machen jetzt mit links einen ROCK STEP ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP SAILER TURN Wir haben links, 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 links getippt, genau Wir haben den linken Fuß links getippt Wir machen einen ROCK STEP ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP VIRTEL TURN Nochmal links ist getippt 7 8 ROCK STEP STEP und ROCK STEP und ROCK STEP VIRTEL SAILER TURN Ok, nochmal 7 8 ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP VIRTEL SAILER TURN Ok, dann probieren wir mal anfangen 7 8 SEIT RAN CHASSÉ CROSS ROCK CHASSÉ TURN STEP VIRTEL COASTER STEP CROSS TIP CROSS TIP ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP SAILER TURN Ja, machen wir für mich nochmal, gell? Wer es mitgekriegt hat, habt ihr gesehen? Da hat es ein bisschen daheim 7 8 SEIT RAN CHASSÉ CROSS ROCK CHASSÉ VIRTEL STEP DREHT COASTER STEP CROSS TIP CROSS TIP ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP SAILER TURN Nochmal von Anfang 3 8 SEIT RAN CHASSÉ CROSS ROCK CHASSÉ WIRTEL TURN STEP HALBE COASTER STEP CROSS TIP CROSS TIP ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP SAILER TURN SO Wir haben Gewicht am linken Fuß Rechte Fußspitze rechts und links Hacke vorne und Hacke und Hacke und ROCK STEP COASTER STEP ROCK STEP COASTER STEP Wir haben Ok, wir fangen an mit rechts 7, 8 Rechts und links und vor und vor und ROCK STEP COASTER STEP Dann ist auch der Tanz fertig Ich würde gerne die letzten zwei Packs schon mal zusammen machen Ab dem Tipp 7, 8 ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP SAILER TURN Rechts und links und vor und vor und ROCK STEP COASTER STEP COASTER STEP Da ist der Tanz zu Ende und wie ihr bemerkt ist es Gott sei Dank auch nur ein Two-Wall Für mich heute, Gott sei Dank Ok, wir probieren mal anfangen 7, 8 SEIT RAN CHASSÉ CROSS ROCK CHASSÉ STEP COASTER STEP CROSS TIP CROSS TIP CROSS TIP ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP SAILER rechts und links und vor und vor und ROCK STEP COASTER STEP und dann gehen wir quasi wieder los mit SEIT RANCHASSÉ Ok, wir probieren die zweite Wand 7, 8 SEIT RANCHASSÉ CROSS ROCK VIRTEL SHUFFEL DREH STEP DREH COASTER STEP CROSS TIP CROSS TIP CROSS TIP ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP SAILER TURN rechts und links und vor und vor und ROCK STEP COASTER STEP Wir machen mal beide Wände zusammen 7, 8 SEIT RANCHASSÉ CROSS ROCK SHUFFEL Schritt DREHEN COASTER STEP CROSS TIP CROSS TIP ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP SAILER TURN rechts und links und vor und vor und ROCK STEP COASTER STEP SEIT RANCHASSÉ CROSS ROCK SHUFFEL STEP DREHEN COASTER STEP CROSS TIP CROSS TIP ROCK STEP ROCK STEP und ROCK STEP und ROCK STEP SAILER TURN rechts und links und vor und vor und ROCK STEP COASTER STEP jetzt kommt eine Brücke OUT OUT IN IN SEIT TIP SEIT TIP 7, 8 OUT OUT IN IN SEIT TIP SEIT TIP am Ende der zweiten einmal einmal dann machen wir die dritte dann machen wir nur OUT OUT IN IN OUT OUT IN IN nach der vierten OUT OUT IN IN STEP TIP OUT OUT IN IN SIDE TOUCH SIDE TOUCH SIDE TOUCH Runde auf 6 Uhr tanzen wir die OUT OUT IN IN mit Schritt TIP Schritt TIP doppelt ok also nochmal Ende der zweiten OUT OUT IN 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 SEIT TIP SEIT TIP Ende der dritten OUT OUT IN 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 Ende der dritten Ende der dritten OUT OUT IN 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 SEIT TIP SEIT TIP Fünfte, sechste, siebte passiert nichts oder nach der sechsten nach der siebten auf 6 Uhr machen wir OUT OUT IN 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 SEIT TIP SEIT TIP OUT OUT IN IN SEIT TIP SEIT TIP ja ich würd sagen wir probierens 2 6 6 7 4 7 11 12